Hier spricht Kuznitz auf Pavel. Huda SKHQ, hier Therapein Petrova. Ich habe gerade eine Meldung bekommen von der Starfahrer Proposia. Eine Riedermitarbeiter wurde entfügt auf einer Ketterpillar, die auf Selina abgestützt ist. Beherrscht vom Channel Sea Celta. Die Ketterpillar hat es überstanden. Die Kaiser sollte sich laut Piratenanführer im Shelter befinden. Gesundheitszustand? Unbekannt. Bitte weitere Schritte einleiten, ja? Pilot Kuznitz auf Pavel, Ende. Captain habe eben die Meldung erhalten von der Petrova. Die Katapillarsache? Habe es eben auch hereinbekommen, danke. Wir haben zwei Möglichkeiten, die Geisel zu befreien. Bei einer bleibt die Geisel am Leben. Officer, haben Sie getrunken? Ja, ein bisschen. Hören wir uns erstmal die Möglichkeiten an, wo sie überlebt. Dann würde ich einen Einsatz mit Fahrzeugen empfehlen, die Geiselnehmer mit Scharfschützen ausschalten und stürmen mit Elektrowaffen. Bei der anderen Möglichkeit wäre eine A2 in Begriffen, nehme ich an? Ja. Nun, welche Transportschiffe für Fahrzeuge haben wir in der Nähe? Ja, wir haben die vollbesetzte Wildbreeder. Sehr gut. Auf zum Einsatz. Das nächste Mal lassen Sie bitte die Flasche in einem Schrank. Das nächste Mal lassen Sie bitte die Flasche in einem Schrank. Draußen geht etwas vor sich. Macht euch bereit, ihr Säcke! Ich hab's alle erledigt. Failure is not an option, I will not just survive. Freedom is near, I choose to thrive. I will live full force, never on my knees. I will smash the door if I can't find the keys. I will not back down, I will not yield. Just like William Wallace, I need no shame. I am different, I am not the same. 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 Harris? Die Gefangenen wurden ja abtransportiert. Wo ist Rodriguez eigentlich? Noch im Urlaub? Ist da noch jemand? Kann mich einer retten? Hallo? Hey, hallo? 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 Untertitelung des ZDF, 2020